Ich brauch meine ganzen Messer, Alter, ich hab... LoL, Alter, hast du alle meine Waffen aufgenommen? Nee. Ich hab keine Waffen, weh. Nein. Ich hab mal gerade noch zwei Waffen, eigentlich war mein ganzes Inventar irgendwie voll mit irgendwelchen Messern oder so. Ich hab jetzt mal gerade noch... Ich hab ein Messer aufgenommen, das gehört mir nicht so hier. Jetzt müsst du da jetzt am besten wahrscheinlich liegen. Natürlich nicht. Wo ist es da? Ach, da. Ja, das war eins von meinen. Das ist gut, aber mehr habe ich jetzt nicht, was mir nicht gehört. Also ich hab nur noch einen Messer, aber das gehört auf jeden Fall mir. Aber meine Messer sind irgendwie auch nicht mehr da, so wirklich. Haben die die also gegessen? Naja gut. Haben die die gegessen? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach so, können wir hier nochmal alles einschalten? Ach so, hier. Ah, cool. Ah, so weit sind wir immerhin schon mal. Kapitel 3. Räder aus Stahl. Bam, bam, bam. Oh, wir sind im Hotel. Hm, Koffer. Was, bist du schon da? Ja, bei mir hat er schon fertig geladen. Bei mir lebt er noch. Ja, wahrscheinlich weil du mit Fraps ne brauchst du schon ein bisschen länger. Oh, war... Brauche ich immer Energydrinks, ja? Oh, erschreck mich doch nicht so, du eile Digger. Ah, ich bräuchte mal ein Energydrinks, das wäre... Sehr geil. Ein Snack. Ein Snack ist auch okay. Hinter dir. Oh. Hallo. Boom. Energydrink. Boom. Tja, der hat hinter sich, würde ich sagen. Okay. Wir müssen hier hinten irgendwo weiter, ne? Ja, hier irgendwie. Was hier noch schön ist, hier gibt es nix. Doch, da war ein Energydrink oder sowas. Ein Snack, valla. Die Batterie nehmen wir mal da raus. Ah, hier vorne. Batterie, Batterie, Batterien. Batterien kann man immer mal gebrauchen. Du, da ist ne Person in der Ecke. Hm, schön. Gucken, was hier noch so ist, hier ist nix. Ah, den Müller machst du schon geleert. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Wow! Oh, 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 jetzt stirb endlich. Ah, da. Ist der Trauma tot? Oh, 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 oh! Die mal, diese Arbeit hier, extra Arbeit. Du gehst doch nicht rein, Junge! Bin ich doch. Oh, da hinten ist noch wieder einer. Ja, ja, möglich, möglich. Ist mal hier auch noch ne Tür. Hallo! Kommst du? Wow! Hier ist direkt bis dahin. Hinter der Tür einer gewesen, ne? Hallo? Stirbst du endlich, oder? Muss ich dir noch ein paar mal das Knie reinhauen. Guck mal, hier sind Snacks für dich. Warum shippe nicht? Geh mal weg da. Lass mich doch das dann mal machen. Lass mich. Ja, dann haben wir es wahrscheinlich schon abgenutzt, deswegen. Ach so. Geh mal weg. Das ist möglich. Dann muss ich jetzt mal... Hallo, gehst du mal... Hallo, wo ist meine Maus? Warum geht der nicht in den Inventar? Hä? Wo ist meine... Ich muss das gerade verstehen, warum ich meine Maus da nicht sehe. Weiß doch, wo die Mitte deines Blitzschirms ist. Guck, guck. Ey, guck mal, der bringt Post. Wie kam er noch mal ins Inventar? Auf I. So, jetzt sehe ich auch meine Maus. Toll, ich denke, noch schönes... Oh, ich muss wussten, ja, schönes Ding. Schönes Ding. Nee, wollte ich eigentlich nicht werfen. So kam er einfach ins Nahein. Okay, schönes Ding. Mein Hackebeil. Meine Waffe ist leider kaputt jetzt. Ich habe keine Waffen mehr, ich habe noch mal eine bloße Hand. Ich habe hier bloß noch so einen blöden Stock, alter. Ja, sonst habe ich keine Waffe mehr. Das ist nicht so gut, ne? Nicht wirklich. Giftshop, vielleicht gibt es da irgendwas zu fressen. Ach, hier gibt es eine Kasse. Ja, die kannst du ausrauben. Ja, hab ich doch schon gemacht. Vielleicht soll ich jetzt Slack haben, ich habe volle Lebensanzeige. Ja, ich nehme die auch immer auf, wenn ich volles Leben habe. Vielleicht ist er ein hungriger Typ. Ach so. Dann nehme ich mehr Eiskalt hier in Energy Drink. Neeein. Ach so, hier wieder eine Karte. Oh cool, da vorne ist schon wieder einer. Jetzt haben wir hier Alkohol. Ja, ja, und tschüss und tschüss. Oh. Oh, da ist jetzt eigentlich Alkohol getrunken. Ja, das ist nicht so geil, ne? Ah, moin. Geh mich noch einmal so an, Alter. Hallo, kann ich mal eben den Kopf abschneiden? Keine Waffen mehr, jetzt muss ich meine bloße Hand nehmen, Alter. Ups, oh mein Gott. Das ist so geil, ne? Ja, ich kann ja mal die Zombies... Ähm. Moin. Ja, ich kann trotzdem helfen, dass ihr durch die Parkingarache geht. Aber erstens musst du mir etwas sagen. Mein Partner Ken war hier, als er in die Marbe zu machen war, wenn er in die Marbe zu haben. Es sind solche Dinge. Wenn du Ken findest, ich erzähle dir, wie du in die Parkingarage gehen kannst. Ja, wir müssen Ken finden. Mike Davies, das ist der Bruder von Marcel Davies. Wir müssen Ken finden. Oh, naja, dann nehme ich ihm das Geld weg. Braucht er jetzt ja auch nicht mehr. Moin, Jungs. Ach, der lebt auch noch. Alter, du elendiger Bastard. Geh. Ja, schade, ne? Oh, der ist noch ein großer, ne? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ich hab dem erstmal den... Der Schlampe erstmal den Arm abgeschnitten. Versuche ich ihm nochmal hier den Arm abzuschneiden. Ja, den einen hab ich ihm abgeschnitten. Und mit dem anderen schlägt er mir eine rein und mein Beil ist nicht abgenutzt. Ich hab auch keine Waffen mehr, Alter. Ey, hör auf mich schauen. Ja, da hat er mir noch eine reingeschlagen. Ich versuche mir mal um den großen zu gemeinen, weil ich immerhin noch Waffen hab. Ja. Ich hab gesehen und ich brauch unbedingt was, ein Energydrink oder so. Ich such mal einen. Und dann kann ich mir auch noch Energydrinks geben. Hm, Leber. Das gibt's doch nicht, Alter. Gibt's ja keine Molotovs oder sowas. Stimmt, eine Molotov könnte ich mal nach ihm werfen. Dann mach das mal, denn ist das da. Sehr gut. Oh, der lebt noch. Lol. Echt? Aber ich glaube, er ist jetzt verbrannt. Na, jetzt ist er tot. Ich glaube, er hat's hinterlegt. Hast du noch mehr Molotovs? Weil ich nicht mal so fragen darf. Ich hab noch einen, ja. Na, ich hab einen Stock wieder. Ja, ich such nach einem Energydrink eigentlich. Da hinten ist ein Snack. Eine Ecke. Eine Ecke? Da wohl gerade stehst. Ah, hatte ich. Ja. Das macht mich sehr gut. Ach, du kümmerst dich. Ach, du hast da vorne wieder. Stress. Ja, komm ich hier überhaupt durch? Ich hab den Haralds haben wir schon mal wieder gefunden. Das ist doch schon mal gut. So, der hat's, guck ich, hinter sich. Da vorne ist ein... Oh nein, ich will lieber wieder... Komm, gib mir die. Komm, gib mir. Genau. Jetzt fäll ich mal hier diesen Stock aus. Genau, jetzt fäll ich mal hier. So, da drüber hier noch schön. So, 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 ba, ba. Ich glaube, wir sind da hinten irgendwie da. Ja, wir sind hier durch die Tür. Ist hier irgendwas, 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 irgendwer, der sich melden will. Irgendwer, der hat einen Messer in den Rücken zu kriegen oder so. Ist ja durchaus mal möglich. Pass auf, da ist ein ganzer Molotov. Schön. Das macht mich... Oh! Direkt hinter der Tür, der Elendige. Oh, 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 oh. Ey, du bist schon weitergegangen? Ja. Ich muss da jetzt noch nach Snacks für mich mal gucken. Ja, ich bräuchte eigentlich auch noch was. Ach, fuck, 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 mein Messer ist stumpf. Nein! Ich werde gleich sterben. Ich sterbe gleich. Alter, wie weit bist du schon wieder vorgelaufen? Ich sterbe gleich. Du bist sogar hier an einem Snack vorbeigelaufen, du Troll. Ja. Wo ist ein Snack? Wo ist ein Snack? Ja, die habe ich hier schon gegessen, weil ich auch was zu essen brauchte. Tja, ich habe noch zwei beiden. Hallo? So, ich muss erst mal ins Inventar. Ich habe noch einen Paddel, ich habe noch eine Schaufel. Also der eine ist schon mal, dort hier hinten in der Ecke sind noch Snacks. Zwei Stück. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Davon muss aber jetzt zu mir kommen, hier. Jetzt links in der Ecke. Links in der Ecke. Snack. Und noch ein Snack. Okay. Das ist doch schon mal was. Oh, warte mal, hier da vorne ist noch einer, sehe ich gerade. Nee, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, was ich habe. Guck mal, was ich in der Hand habe. Ich habe Morgensstellen in der Hand. Nein. Das ist doch eine geile Waffe, ja, ne. Ja, tschüss. Hast du einen Baseballstecker gekriegt? Warum habe ich meine Schaufel weggeworfen? Los, geht weiter. Wir müssen da lang. Wo müssen wir lang? Da. Hier. Und jetzt rechts. Rechts. Oh, geil. Da waren noch mehr Zombies. Wer mal rein stürbt, wie doch ein Beklappter. Ja, klar. Bruch. Boom. Tschüss. Wenn ich helfen soll, muss ich sagen. Stör direkt hintermitten im Morgenstern. Vielleicht muss ich mal neu ausrüsten. Oh, da ist ein Wegpunk. Lass mich durch, lass mich durch. Ausrüsten dahin. Dann haben wir hier noch Schönes. Können wir auch mal da. Ausrüsten dahin. Okay. Alles reparieren, was es hier zu reparieren gibt. Ja, so. Da haben wir das ganze Geld, ja. Ja, richtig. Haben wir hier noch 2 Dollar. Kann ich mir eigentlich noch upgraden? Ach, wir können sogar die Waffen upgraden. Modifizieren. Bauplan genagelt. Upgraden. Interessant. Äh, das würde ich gerne einfach mal upgraden. Ja. Kann ich nochmal upgraden? Ja. Und nochmal upgraden. Egal, ich grade hier einfach mal ein bisschen was ab hier. Und den leichten Hammer grade ich auch nochmal ab. Und das Taschenmesser natürlich auch noch. Was ist das? So, dann werde ich mich mal eben hier im Inventar ein bisschen was wechseln. Das kommt ausrüsten dahin. Der Hammer ausrüsten kommt dahin. Oh, Schwimmbad. Ach, du Kacke. Hä? Ähm, geht er nicht raus. Warum? Mach die Tür auf, denn siehst du warum. Ich lass mal hier einen Snack. Hörst du, hast du nicht schon? Ja, Leute. Ja, Leute. Nein, ich wurde gehauen. Du hast es verkackt. Nein, noch nix. Nein, was werf ich das nicht? Hallo, warum werf ich das nicht? Ich will mein Ding hier haben. Ich will mein Ding hier haben. Sehr pralle. Ey, das upgraden, das bringt's echt, Alter. Oh, hinter uns. Hinter uns. Oh, hinter dir. Hinter dir, ne fette Frau. Alter, stirb. Oh, jetzt hat sie keinen Kopf mehr. Schade. Was ist das da eigentlich? Hatten wir da... Mann, ich brauch nen Snack, Alter. Ich bräuchte nen Energy Drink oder nen Snack. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Schwimm. Wenn da irgendwo was ist, wäre ganz gut, wenn du mir auch was übrig lassen würdest. Zumindest ein. Ich überleg gerade, aber ich seh hier auch nichts. Na, ich renne einfach mal weiter. Obwohl ich würde, glaube ich, gerne mal... Mein... Mein anderen Hammer, obwohl, Rad, ne? Wo ist eigentlich mein Hackebeil? Wo ist mein Hackebeil? Oh, oh. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Oh, da vorne kommt noch einer. Hm, tja. Das ist in ihre Einzelteile zerlegt worden. Ja, aber hier gibt's irgendwie nix zu fressen, ne? Lass uns mal hier unten um die Ecke gucken. Vielleicht ist da noch irgendwo was. Oh, ja, hier lebt noch so ne Frau halt. So, jetzt nicht mehr. Erstmal kannst du ein Bluttier abfischen. Ja, richtig. Ja, geht leider nicht. Da oben ist, äh, was gewesen? Ein Ausweisbarer. Ausweis.